Respekt ist für mich, wenn ihr durch den Zug geht und ihr seht, dass ihr ein kleines Weg habt. Respekt ist für mich, dass ihr einen eigenen Weg habt. Und natürlich auch, dass ihr den anderen einen Weg habt. Nicht mit dem Klient, sondern auch mit dem Personal. Respekt ist für mich, dass die Leute nicht für den Weg sprechen. Für mich ist Respekt, freundlich und hilfsbereit zu sein. Für mich ist Respekt, kein Mann vorzuhören und jeder den Erstspitzen zu wissen. Respekt ist für mich, mein Personal zu leisten und auch selber Hilfsbereit zu sehen. Respekt bedeutet für mich, dass man ein guter Aufhängen und ein Merci aufhellen und auch Verständnis für das Zugpersonal, die nach der Formulierung schief geht. Und das Zweite möchte ich auch betonen, dass Fleisch und Kähe auch Sicherheitsdistanzen anhellen und auch nicht über die Barriere laufen, weil das tun wir leider Gottes immer mehr öfter. Merci und einen schönen Tag.